Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Grand Hotel Gula, niemand hat in diesem Hotel eingecheckt seit diesem verhängnisvollen Montag, an dem 100 Menschen ums Leben kamen in diesem Raum. Wir werden ständig von irgendjemandem beobachtet. Als wir dem Grundstein für diesen Ort legten, fanden wir Beweise für ein Massengrab. Die Einheimischen glauben, es sei verflucht. Was machen Sie hier? Ich habe genug von dem All. Ich verlasse dich nicht. Eliminieren wir zuerst das Unmögliche. Das, was bleibt. Egal wie unwahrscheinlich es ist, müssen wir als Wahrheit ansehen. Das, was macht das von uns. Vielen Dank.